Doppelt rechts, Doppelt links. Wenn ihr mehr Gefühl habt, dann tut ihr Doppelschläge schlagen. Zwischendurch. Nach der Zeit bekommt ihr immer das beste Gefühl, dann könnt ihr schon Doppelschläge schlagen. Doppelt links. Zwischendurch locker und dann die 3 Schläge. Nach der Zeit bekommt ihr immer besseres Gefühl. Ihr werdet sehen, Tag zu Tag wird immer besser. und dann könnt ihr schon vier, sechs, acht Stücke schlagen miteinander.